Okay, ich hänge hier noch bei Quickman fest. Ich habe so langsam dieses Hals heraus, aber dann musste mich so ein blöder Gegner platt machen. Autsch. So, diesmal hat mich dieses Vieh überhaupt nicht erwischt. Jetzt dürfen wir das aber hinkriegen. Oh. So, und dann rechts. So. Katsch. Und warum war der Gegner jetzt vorhin ein Problem für mich? Ja, wir sind beim Boss, Freunde. So, Quick Man. Kann ich ihn damit Charme machen? Nein, kann ich nicht. Toll. Tschüss. Tschüss. So. So. Get equipped with Quick Boomerang. Ja, das ging ja schnell, das Level. Na, dann leh ich erstmal Airmen rein. Jetzt können wir es dann nochmal versuchen. Da hatte ich das Level Off auf jeden Fall fast geschafft. Jetzt muss ich auf jeden Fall ganz dick konzentriert spielen. Ich glaube, das ist das Prinzip dieses Levels. Autsch. Boah. Boah. Mann. Mann. Oh, dankeschön. Kann ich den auch mit dem Quick Boomerang verletzen dann? Wenn ich den dann schon habe. Ach, jetzt habe ich das Energy Tank vom letzten Level beibehalten. Na, toll. Schade. Ja. Na, jetzt kann ich ja eh verschiedene Sachen ausprobieren. Okay. Das ist akzeptabel. So. Häpp. Dümdüm, da nam, dam, dam. So. Habe ich dich doch, du Schautier. So. Habe ich dich doch, du Schautier. Ah ja, jetzt kommt derselbe Mist wieder. Warte mal. Oh, ich muss mal den normalen Schuss wieder rausholen. Oh, ich muss mal den normalen Schuss wieder rausholen. Warte mal, ich fülle jetzt mal Meta-Man auf. Oh, ich muss mal den Schuss wieder rausholen. Ah! Vems, vems. Ne, 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 ne. Okay. Ah! Boah, wieso so respawnt der? Achso, start schon. An derselben Stelle. Da war ich dessen auch schon. Scheiße. Boah, ich hasse diese Viecher, ne. Die auch noch so, ich weiß nicht, was ausbrüten. Boah! Boah, diese Scheiß-Teile ist da, ne. Ja. Ah, schießt doch. Boah! Boah! Warte mal. Warte mal, warte mal. Mit dem Mumaran geht's auch, glaub ich. Ne, da muss ich doch Meta-Man machen. Ne, da muss ich doch Meta-Man machen. Boah! Tschüss! Boah! Boah! Boah, ich weiß nicht! Moment, Moment, Moment. Mann! Was?! Achso, ich bin meinem Boss, okay. Ich hatte den fast! Mist! Warum habe ich ihn vorher nicht gekriegt? Naja, wenigstens haben wir Airmen geschafft. Okay. Get equipped with Luftschützer. Okay. Message from Dr. Light. Item 2 komplett. Halte die Waffen bereit. Also, DNR muss ich bis jetzt sagen, dass es ein schönes Spiel ist. Okay, Stage Select. Ja, zwei habe ich noch. Jetzt kann ich schon mal Heatman machen. Und danach Crashman. Ja, das Level kenne ich auch. Wie gesagt, ich habe es ja off-screen angezockt. Aber, dass ich gerade einen guten Lauf habe, das wundert mich jetzt wirklich. Ich habe mal die Steuerplatz-Taste gedrückt. Was? Game Over! Ja, jetzt mein Energy-Dings natürlich wieder weg. Wahrscheinlich, wenn ich Game Over gehe anscheinend. Ich dachte, die behält man. Ich dachte, die behält man. Auch ein cooles Theme hier. Immer diese flotten Themes. Achja, und das Lava hier ist auch Instant-Kill. Das war auch bei Super Mario so. Okay. Jetzt kann ich endlich den Tweetbomberan benutzen. Meiner Meinung nach die beste Waffe. Im Spiel. Also das Teil ist echt stark. Bäh. Arsch. Was? Das hat gepackt. Was? Come also. Bis zum nächsten Mal. Ich kann mal drauf чтобы ... Wir sind nicht zu lange mit dem Tweetbomberan. Oh, das hat gepackt hier. Ich kann nicht zu lange mit den Tweetbomberanen was verwenden. Das war einatics ab, aber ich denke, was es zu lange mit einem Tweetbomberanen ist. Ah, da war nechst all den. Nein! So, also wie ich herausgefunden habe selber, wenn man schon das Item 2 hat, kann man sich durch dieses Level quasi schummeln. Und zwar mit dem Teil hier. Ja, toll. Jetzt bin ich an das Leben nicht herangekommen. Mann! Ähm, nochmal hoch. Quickbomb ran. Am besten. Autsch. Ah, wir sind beim Boss. Heatman! Oh, und den fand ich auf Anhieb schwer. Oh Gott! Scheiße, zu spät! Aber ich habe glaube ich noch ein Leben, ne? Okay. Ein Leben habe ich noch. Also ich habe den locker mit dem Quickbomb ran hinbekommen. Oder geht da was anderes? Airman. Ne, das klappt nicht! Das klappt nicht! Das klappt nicht! Läuft! Nein! Ja! Ja! Und das war's! Ja! 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 Atomic fire? Atomisches Feuer? Oder wie lässt sich das übersetzen? Egal. Item 1. Completed. Halte die Waffen bereit. Stage select und ich beende mal den Part. Bis gleich.